Ist es Magik oder ist es Madenis? Ich muss euch etwas gestehen. Ist es ein Traum oder mehr, als es gesehen hat? Ich habe noch nie einen Berg bestiegen. Faces in the clouds. Noch nie einen See durchschwungen. Traces on the ground. Und war erst einmal in einer Höhle. Oh, what a world we live in. Ich glaube allmählich, dass mir etwas entgeht. Bereit? Ja, Sir. Ja. Ich habe die besten Entdecker und Forscher gebeten, mich ans Ende der Welt mitzunehmen. Ihre Antwort war, wir gehen sogar noch weiter. Drei, zwei, eins, Licht aus. Mal sehen, was da draußen ist. Wow. Was zum Teufel ist das? Wir denken, wir kennen unseren Planeten. Aber es gibt noch eine verborgene Welt zu entdecken. Am richtigen Ort, mit dem richtigen Guide, kann man ein Portal dorthin finden. Wir müssen einen Helm tragen, weil der Vulkan dauernd Felsbrocken ausspuckt. Als ob ein Helm was ändern würde bei den Brocken. Ich hoffe, du weißt, wo es lang geht. Ich auch. Du wirst ziemlich sicher überleben. Ich dachte, du würdest ausflippen, aber du hast durchgehalten. So tun, als ob es mein Beruf. Es geht los. Spektakulär. Ein Moment fürs Leben. Meine Großmutter sagte immer, für die besten Dinge im Leben muss man seine Angst überwinden. Ich hoffe, sie hatte recht. Ein Moment fürs Leben im Leben. Untertitelung des ZDF, 2020